Hallo und willkommen zu Einfach Backen. Bei uns findet ihr ganz tolle, herzhafte und süße Rezepte, die ihr ganz einfach zu Hause nachbacken könnt. Wenn ihr also kein Video verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Ich bin Fabiana und wir machen heute zusammen einen Apfelschmandkuchen. Für unseren Mürbeteig brauchen wir Butter, Mehl, Zucker und Vanillezucker und für die Füllung Milch, Zucker, Vanillepuddingpulver, Schmand und ungefähr 800 Gramm Äpfel und außerdem Mandelstifte und etwas Zitronensaft. So, wir bereiten im ersten Schritt unseren Boden vor. Dafür gebe ich die Butter, das Mehl und den Zucker und noch eine Prise Salz in die Rührschüssel und verknete das Ganze. So, der Mürbeteig ist jetzt auch schon fast fertig. Nochmal ganz kurz von Hand durchkneten. Und dann habe ich mir hier schon mal ein bisschen Frischhaltefolie bereitgelegt. Da kommt er jetzt nämlich drauf und für ungefähr 15 Minuten in den Kühlschrank. Für unsere Füllung kochen wir jetzt den Vanillepudding auf. Dafür gebe ich, ja, fast die ganze Milch in einen Kochtopf und die restliche Milch vermische ich mit dem Zucker und mit dem Puddingpulver und rühre das Ganze glatt. Und gebe das Ganze dann nachher zu der erhitzten Milch rein. Ich habe den Pudding jetzt schön aufkochen lassen und nehme ihn jetzt von der Kochstelle. Und solange er noch heiß ist, mache ich da ein bisschen Frischhaltefolie drauf. Das verhindert, dass der Pudding eine Haut bildet. Und dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen abkühlen und verarbeiten ihn dann später im Kuchen. Ich habe jetzt hier schon mal die Äpfel geschält, entkernt und in Scheiben geschnitten und mit dem Zitronensaft vermischt, sodass sie ja nicht braun werden. Jetzt mache ich hier noch unsere Cremefüllung fertig. Dafür gebe ich den Pudding, der jetzt schon richtig schön kühl geworden ist, und gebe dann hier noch den Schmand dazu. Und das war es dann auch eigentlich schon. Das ist unsere Füllung. Das verrühre ich jetzt noch kurz miteinander. Ich habe jetzt den Mürbeteig aus dem Kühlschrank geholt. Und werde den jetzt hier auf meiner Arbeitsfläche ausrollen. Vielleicht noch mal kurz durchkneten, in der Mitte ist er noch ein bisschen fest. So, dann nehme ich mir meine Springform und drücke die hier so ein bisschen drauf. Ich habe hier eine 26er Springform auch schon mit Backpapier ausgelegt und den Rand einbefettet und mit Mehl bestäubt. Und jetzt fahre ich hier an der Kante entlang. Und gebe den hier in die Springform rein. So, und den restlichen Teig nehme ich wie immer für den Kuchenrand. Ich steche jetzt hier noch mal mit der Kabel kurz rein, sodass der Teig beim Backen auch schön gleichmäßig bleibt. Und dann nehme ich mir die Apfelschnitze und lege die hier so ein. So, jetzt kommt hier noch die Pudding-Schmandcreme drauf. Wenn ihr wollt, noch ein, zwei Mal auf die Arbeitsfläche klopfen. Und jetzt verteile ich zum Schluss hier noch die Mandeln oben drauf, die Mandelstifte. Den Backofen habe ich übrigens schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und da kommt der Kuchen jetzt für etwa 55 Minuten rein. Unser Apfelschmankkuchen ist fast fertig. Das Einzige, was fehlt, der muss jetzt hier noch aus der Kuchenform raus. Dazu schneide ich zwischen Kuchen und Springform hier entlang. So. Oh, wunderbar hochgegangen. Sehr schön. Und das ist so ein richtig toller Kuchenklassiker. Apfelschmandkuchen geht wirklich immer. Wenn ihr wollt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Klassiker ihr am liebsten backt. Zu dem Kuchen passen übrigens auch hervorragend Birnen anstatt Äpfel oder auch Kirschen aus dem Glas, wenn ihr mögt. Achtet da nur drauf, dass ihr die Kirschen sehr gut abtropfen lasst, damit sie nicht allzu viel Flüssigkeit abgeben. Und was ich am liebsten mag an dem Kuchen ist tatsächlich die Füllung. Schmand und Vanillepuddingpulver schmeckt fantastisch, super einfach, aber mega lecker. Also unbedingt nachbacken, wenn ihr wollt. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und wenn ihr nicht nur leckere Kuchen backen wollt, sondern auch tolle, aufwendige Torten, dann klickt oben rechts auf unseren Tortenbackkurs. Luisa und Karima zeigen euch, wie es auch zu Hause funktioniert. Und Kanal abonnieren nicht vergessen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017